Wie habe ich es bereits in meinen 20ern geschafft, monatlich über 10.000 Euro netto zu verdienen? Ich will dir heute meine 5 Erfolgsgeheimnisse mitgeben, damit du sie in deinem Leben anwenden kannst und endlich anfangen kannst, wohlhabend zu werden, Vermögen aufzubauen und dein Leben zu genießen. Also let's go! Mein Name ist Konstantin Guldan, ich bin professioneller Ausbilder für Hochpreis-Closer. Das bedeutet, ich helfe ganz normalen Angestellten, ihren Hamsterradjob zu verlassen und sich online ein Einkommen aufzubauen von 10.000 Euro und mehr. Und ich will dir, bevor ich jetzt mal hier große Guru-Reden schwinge, im Sinne von wie man erfolgreich wird, dir einfach mal ganz kurz ein bisschen was zu meiner Story erzählen, ein, zwei Minuten, damit du für dich selbst einordnen kannst, ob du mir glaubst, ob du das Ganze für realistisch hältst oder ob du dir denkst, nee gut, ich probiere doch lieber einen anderen Weg. Also, du musst dir das im Endeffekt so vorstellen. Ich habe in meinen Zwanzigern sehr, 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 sehr viel Umsatz gemacht, ja. Also wirklich teilweise, ja, fast mehrfach sechsstellige Monatsumsätze, ja. Also das heißt fast 200.000 Euro im Monat. Jetzt denkst du dir bestimmt, ja, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, da hast du absolut recht, denn ich habe eine Sache tatsächlich nicht beherzigt und zwar, ich habe mein Money-Mindset nicht beherzigt. Das heißt, ich konnte in meinen Zwanzigern nicht mit Geld umgehen. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel von dem Geld, das ich verdient habe, initial auch wieder ausgegeben, ja. Vieles davon investiert, das war sehr, sehr schlau, aber ich habe vieles auch komplett sinnlos rausgeprasst, ja. Und das ist mal der erste Punkt. Also das heißt, ich wusste schon sehr, sehr früh, wie man sehr, sehr hohe Summen jeden einzelnen Monat umsetzt, ja. Und der Punkt ist, wenn du 200.000 Euro Monatsumsatz machst fast, dann ist es auch nicht so schwierig, dass 10.000 Euro netto für dich selber hängen bleiben, ja. Also ich glaube, du verstehst die Rechnung ungefähr. So, ich will dir jetzt aber nicht zeigen, wie du 200.000 Euro Monatsumsatz erwirtschaftest, weil das viel komplizierter ist, als einfach nur 10.000 Euro netto im Monat zu verdienen, ja. Also das heißt, mein Punkt und die fünf Geheimnisse, die ich dir heute mitgeben möchte, die konzentrieren sich einzig und allein darauf, 10.000 Euro netto im Monat für dich selber, für deine eigene Tasche privat zur Verfügung zu haben und nicht, ja, keine Ahnung, mit deinem Business irgendwie 10K im Monat zu machen, weil ehrlich gesagt ist es halt auch viel zu wenig. Also pass auf, ich gebe dir jetzt einfach mal die ersten paar Fehler mit, die ich früher gemacht habe, beziehungsweise die ich auch immer wieder bei anderen gesehen habe. Und einer der ersten großen Fehler ist immer, du hast ein sehr, sehr schwaches Umfeld. Lass mich präzisieren. Ich würde jetzt mal behaupten, dass 80 bis 90 Prozent der Deutschen, Österreicher und Schweizer irgendwo, ja, ich sage jetzt mal so in der Mittelschicht, beziehungsweise eher so in der Unterschicht leben. Und das meine ich jetzt nicht negativ. Das Problem ist aber, du hast wahrscheinlich in deinem Umfeld niemanden, der weit mehr als 10.000 Euro im Monat verdient, ja. Die meisten verdienen irgendwie 2.000, 3.000, wenn es mal hochkommt, 5.000 Euro im Monat. Aber du hast wahrscheinlich in deinem Umfeld niemanden, der über 10.000 Euro im Monat verdient. Deswegen wirst du alleine durch dein Umfeld es nicht schaffen, dich weiterzuentwickeln, ja. Ich sage jetzt nicht, dass du deine ganzen Kumpels und deine Familie vernachlässigen sollst. Das meine ich damit nicht. Ich will damit nur sagen, wenn du ein schwaches Umfeld hast, musst du dich aus diesem Umfeld befreien und musst dir ein zusätzliches neues Umfeld von erfolgreichen Leuten schaffen, die mehr als 10.000 Euro im Monat verdienen, um von diesen Leuten lernen zu können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also du kannst nicht erwarten, dass du im gleichen Umfeld bleibst, ohne dich weiterzuentwickeln und plötzlich kommen 10.000 Euro im Monat auf dein Konto. Das wird nicht passieren. Heißt, du darfst, beziehungsweise du musst dir ein neues Umfeld schaffen. Wie gesagt, ich sage nicht, lass dein altes Umfeld links liegen. Das wird dann irgendwann automatisch passieren, wenn sich dein Freundeskreis nicht mit dir weiterentwickelt. Aber du brauchst ein neues Umfeld. Das ist der erste und allerwichtigste Punkt. Jetzt fragen sich ganz viele bestimmt, naja gut, aber wie komme ich denn an so ein neues Umfeld? Wo lerne ich denn diese Leute kennen? Naja, zum Beispiel in Coachings. Ja, der Hauptsinn von einem Coaching oder von einer Ausbildung wie das, was wir hier anbieten, ist ja vor allen Dingen das Thema Netzwerk. Guck mal, ich habe bei meinen Partnern betrieben, da sind Multimillionäre dabei. Ich habe bei meinen Closern Leute, die verdienen 10.000, 20.000, teilweise sogar 30.000 Euro jeden einzelnen Monat. Mit solchen Leuten kannst du dich connecten und natürlich auch mit mir. Das heißt, du kannst dir alleine dadurch, dass du dich in dein Coaching einkaufst, ein sehr, sehr stabiles Netzwerk und ein sehr, sehr starkes neues Umfeld aufbauen. Man nennt es auch Pay-to-Play. Ja, also bezahle, um zu spielen. Okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also du brauchst auf jeden Fall ein neues Umfeld. So, der zweite Punkt, den du unbedingt verstehen musst, ist, dass 10.000 Euro im Monat nicht viel Geld ist. Ja, ich weiß, es ist jetzt gerade für dich viel Geld, aber es ist an sich global betrachtet, es ist nicht mal ein Sandkorn, weil es so viel Geld auf diesem Planeten gibt. Das einzige Problem, das du jetzt gerade hast, ist, du hast noch keinen Weg gefunden, dir ein Stück vom Kuchen abzuschneiden. Das ist das einzige Problem und das einzige Hindernis, vor dem du gerade stehst. Aber du musst verstehen, dass 10.000 Euro nicht viel Geld ist. Du darfst diese Summe nicht auf den Podest stellen, wo du denkst, boah, ne, und, oh mein Gott, das ist so viel. Und das ist wie, wenn du jetzt ein Typ bist, ja, und du willst in der Disco eine Freundin finden, ja, da gehst du ja nie zu, dann stellst du die hübschen Frauen immer auf den Podest zum Beispiel. Verstehst du, was ich meine? Und mit 10.000 Euro im Monat ist es auch so. Ganz viele denken immer, es ist übel kompliziert. Guck mal, ich habe fast 200.000 Euro im Monat Umsatz gemacht, ja, mit einer Coaching-Dienstleistung. Also, der Punkt ist, 10.000 Euro im Monat ist nicht viel Geld. Auch 200k im Monat ist nicht viel Geld. Auch eine Million im Monat ist nicht viel Geld, okay? Verhältnismäßig zu dem, was zum Beispiel jetzt so ein Konzern wie Apple oder Amazon umsetzt. Das ist nicht viel Geld, okay? So, das ist der zweite Punkt. Hör auf, diese 10.000 Euro im Monat auf den Podest zu stellen, denn es wird dich nicht weiterbringen. Es wird dich eher weiter von diesen 10.000 Euro im Monat entfernen, weil du denkst, boah, kriege ich das hin? Ich traue mir das überhaupt nicht zu. Was ist, wenn ich scheitere? Bla, 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 bla. So, das ist das zweite große Problem. Das dritte große Problem oder der dritte Denkfehler, ja, und auch der dritte Impuls, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, habe keine Angst, Geld zu investieren. Lass mich präzisieren. Wenn man wenig Geld hat und mit wenig Geld meine ich weniger als 10.000 oder 20.000 Euro Cash, ja, dann hat man oft Angst, Geld zu investieren, weil man sehr wenig davon hat. Das ist aber ein Fehler, denn du musst dir klar machen, ob du jetzt 0 Euro, 10.000 Euro oder 20.000 Euro hast, macht faktisch keinen Unterschied, okay? Du bist so oder so broke. Klar, du kannst dir eine neue Waschmaschine kaufen, aber who cares? Im Großen und Ganzen bist du auch mit 20.000 Euro Vermögen broke in Deutschland, okay? Du hast vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit als jemand, der jetzt nur ein Tausi beiseite hat, aber trotzdem bist du mit 20.000 Euro im Monat, äh, mit, trotzdem bist du mit 20.000 Euro Vermögen in Deutschland einfach broke, Punkt. Ja, und jeder, der dir irgendwas anderes erzählt, der ist genau auf dem, kannst du dich erinnern, erster Punkt, Umfeld, ja, der ist in diesem Umfeld drin. In meinem Umfeld, wenn du 20k beiseite hast, zucken die Leute nicht mal, weil die sagen, ja, okay, also monatlich meinst du jetzt, oder? Verstehst du? Also du musst dir klar machen, Geld zu investieren ist nicht schlimm, weil Geld muss im Fluss sein. Wenn Geld rumliegt, dann wird's Geld langweilig. Wenn Geld rumliegt, dann wird es schlecht. Du musst Geld investieren, um Geld zu verdienen. Das ist ein extrem wichtiges Learning und dafür habe ich ehrlich gesagt viel zu lange gebraucht. Weil ich hatte immer, so, ich kann mich noch erinnern, meine ersten 10.000 Euro, die ich dann mal privat auf dem Konto hatte, da war ich, keine Ahnung, irgendwie 23, 24 oder so ungefähr. In dem Zeitraum müsste das gewesen sein. Da hatte ich zum ersten Mal 10.000 Euro auf meinem Girokonto, ey, und ich hab die beschützt, ja, ich hab die beschützt wie, wie, äh, den, den, den Ring von Herr der Ringe, so mein Schatz mäßig. Weil ich dachte so, äh, boah, voll krass und so. Nein, Mann, das ist einfach nicht viel Geld, okay? Und ob du, nochmal, ich weiß, das hört sich total absurd an, aber ob du 0 Euro hast, ob du 10.000 oder 20.000 Euro hast, Alter, das macht keinen Unterschied. Es macht keinen Unterschied, weil es nicht existiert. Es ist ein Sandkorn, global betrachtet, zu dem, was du verdienen könntest. Weil du kannst auch diese 10.000 Euro jeden einzelnen Monat verdienen. Verstehst du? Also, das ist der dritte Punkt. Hab keine Angst, Geld zu investieren, weil Geld kommt jeden Monat wieder aufs Neue, wenn du's investierst, ja? Wenn du's investierst, und ich rede damit nicht davon, dass du jetzt Krypto-Gambling machst oder dein Geld in Aktien bläst oder so, sondern, dass du's in dich selbst investierst. Weil du bist selbst die beste Wertanlage, die du hast, weil du hast dich selbst immer dabei. Du kannst dir selbst auch am meisten vertrauen. Die beste Wertanlage bist du immer selbst. Deswegen hab keine Angst, Geld in dich selbst und in deine Fähigkeiten zu investieren. Das ist ganz wichtig. Und glaub mir, ich habe viel zu lange gebraucht, um das zu kapieren. Das erste wirkliche Investment, das ich in mich selber getätigt hab, waren 36.000 Euro. Jetzt fragst du dich bestimmt, ja, wie hattest du 36.000? Ich hatte keine 36.000 Euro, okay? Ich hab das auf eine Ratenzahlung abgeschlossen. Ich überdachte, na gut, das krieg ich dann schon irgendwie hin. War ein Jahresprogramm, 10.000 Euro musste ich anzahlen, glaube ich, ungefähr. So, und den Rest konnte ich in 3.000 Euro monatlichen Raten zurückbezahlen. Und dann musste ich aber monatlich mal mindestens über 3.000 Euro verdienen, plus meine paar Fixkosten, die ich da hatte, damit ich mir das leisten kann. Verstehst du? Und das war das beste Investment, das ich damals getätigt hab. Das war das erste vernünftige Investment, nämlich selber 36.000 Euro. So, hab ich mir in die Hose geschissen, hatte ich Angst, dass es schief geht. Ja, selbstverständlich, absolut, mein Gott, ich konnte eine Woche nicht schlafen, ich hatte Kaufreue, ich hatte Angst, pleite zu gehen, bla 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 bla, ja? Und fast 4 Millionen Euro später war es die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen hab. Verstehst du? Ganz wichtig, habe keine Angst, Geld zu investieren, okay? Übrigens, heute Vormittag habe ich auch 60.000 Euro investiert, ja? Ich hab 60.000 Euro von meinem Geld in den Markt rausgeblasen, ja? Heute Morgen, 60.000 Euro. Ich will damit nicht angeben, ich will damit nur sagen, du musst aufhören, Angst zu haben, Geld in dich, deine Fähigkeiten zu investieren. Das ist das Einzige, was du kontrollieren kannst. Hätte ich heute Morgen für 60.000 Euro Aktien gekauft, würde ich ein bisschen anders gucken, ja? Da hätte ich Schiss. Ich weiß, dass ich aus meinen 60.000 Euro, die ich heute Morgen investiert hab, mal mindestens im ersten halben Jahr irgendwas zwischen 200.000 und 300.000 Euro machen werde. Das weiß ich einfach, ja? Weil ich es mir durchgerechnet hab. Und weil es nicht das erste Investment in der Höhe war. Also das ist ganz wichtig, hab keine Angst, Geld in dich selber zu investieren, weil du bist das Einzige, was du kontrollieren kannst und du bist deine größte Wertanlage, okay? So, vierter oder fünfter Punkt, ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt sind. Ich nenne es jetzt einfach mal den vierten Punkt, weil ich könnte noch ewig weitermachen, ja? Die Tipps zu geben. Der vierte Punkt ist, mach dir klar, dass du 10.000 Euro im Monat nur durch ehrliche, seriöse Arbeit verdienen wirst. Schnell, hektisch, reich werden. Funktioniert nicht. Das ist haram. Schnell, hektisch, hin und her, mach die Taschen leer, okay? Das ist ein Spruch, den ich am eigenen Leib spüren musste. Merk dir den. Hin und her, mach die Taschen leer. Und schnell und hektisch wird dich nicht zum Erfolg bringen, okay? Jedes Mal, wenn ich schnell und hektisch irgendwas gemacht hab, zum Beispiel mir im Forex-Markt irgendwas gekauft hab oder damals gab's noch kein Krypto, da hieß das halt CFD, ja? Und zwar ungefähr genau die gleiche Daytrading-Spekulationsscheiße. Da hab ich meine ersten 4.000 Euro verloren innerhalb von einer Woche. Hin und her, mach die Taschen leer. So, zum ersten Mal richtig Geld verdient hab ich mit ehrlicher Arbeit. Und zwar im Coaching-Bereich, als ich Leuten wirklich Mehrwert geliefert hab. Als ich angefangen hab, Leuten weiterzuhelfen, ja? Also wirklich durch Arbeiten, verstehst du? Da hab ich zum ersten Mal angefangen, richtig Geld zu verdienen. Plus, da waren die Leute auch initial bereit, mir sofort sehr, sehr viel Geld zu geben. Mein erster Sale waren 5.000 Euro. Der erste Verkauf, den ich hatte, waren 5.000 Euro. Das war 90% Profitmarge zu der Zeit damals. 90%. Das heißt, von diesen 5.000 Euro sind mir 90% übrig geblieben, also 4.500 Euro. Und das musst du dir mal vorstellen. Durch ehrliche, harte Arbeit. Ja, ich musste dann natürlich 3 Monate mit dem Kunden zusammenarbeiten. Also, müssen. Ich hab mir ja freiwillig dafür entschieden. Aber der Punkt ist, so bin ich zum ersten Geld gekommen. So, und dann hab ich das, was funktioniert hat, einfach immer und immer und immer und immer wieder gemacht. Verstehst du? Mit ehrlicher, harter Arbeit. Ja? Also, das ist der vierte Punkt. Mach dir klar hin und her, mach die Taschen leer. Und du wirst nicht durch irgendwelche Spekulationsgeschäfte oder Lotto nachhaltig reich werden. Weil guck mal, selbst wenn du durch Zufall, Glück, in Krypto, Lotto oder irgendwo jetzt ein paar Millionen gewinnst, dann kannst du doch immer noch nicht mit Geld umgehen. Irgendwann ist das Geld wieder weg. Ja, du hattest kurzfristig eine gute Zeit. Und dann? Das ist genauso, wie wenn du dir bei einem One-Night-Stand Aids holst. War es das wert? Oder wäre der Gummi doch schlauer gewesen? Genauso ist es mit Lotto-Spielen. Ja? Ich will überhaupt nicht im Lotto gewinnen. Könnte ich Stand jetzt mit 10, 20 Millionen Euro umgehen? Keine Ahnung. Ich würde es mir jetzt erstmal nicht zutrauen. Ich würde sagen, so mit 5 Millionen Euro, wenn ich die hätte, Stand jetzt, damit könnte ich extrem gut umgehen. Ja, das hätte ich im Kreuz. Vielleicht 10 Mio auch noch, aber spätestens so ab 20 Millionen. Ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Ich wüsste nicht, wie ich es investieren soll. Ja, ich habe einen Vermögensberater. Ich weiß aber nicht, ob der schon mal solche Summen verwaltet hat zum Beispiel. Also, mach dir klar, es geht nur mit ehrlicher, harter Arbeit. Und der fünfte und allerwichtigste Punkt, ja, und ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß wirklich, wie schwierig das ist. Aber der fünfte und wichtigste Punkt, wenn du nachhaltig über 10.000 Euro jeden einzelnen Monat verdienen willst, dann ist der wichtigste Punkt Geduld und langfristiges Denken. Lass mich präzisieren. Vor dir sitzt wahrscheinlich einer der ungeduldigsten ADHS-Menschen, die es da draußen gibt. Ich habe keine Geduld, ich bin ständig unzufrieden, ich kann mich super schwer konzentrieren. Wenn ich ein Ziel erreicht habe, setze ich mir sofort das nächstgrößere Ziel, vor dem ich wieder Angst habe, bla 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 bla. Trotzdem wirst du nur durch langfristiges Denken und Geduld diese Ergebnisse einfahren können. Denn wenn du nicht langfristig denkst, sondern immer nur kurzfristig innerhalb von ein paar Wochen, ein paar Monaten, dann kannst du nicht langfristig erfolgreich werden, weil du keine größere Vision hast. Ich weiß genau, wo ich ungefähr in 5 Jahren stehen möchte. Ich weiß genau, wo ich ungefähr mit 40 stehen möchte, ja in 10 Jahren. Ich habe eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie mein Leben da aussieht. Und du wirst jetzt lachen, ich hatte auch mit 25 genaue Vorstellungen davon, wo ich mit 30 stehe. Ich bin jetzt 30. Ich wollte mit 30 Millionär sein. So, guess what? Ich habe alles erreicht, was ich mir in diesem 5-Jahres-Plan vorgenommen habe. So, und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Das musst du checken. Und wenn du das verstanden hast, dass du nur langfristig denken kannst, weil dann sind deine Handlungen auch viel langfristiger und nicht kurzfristig, dann hast du auch nicht das Problem, dass du auf hin und her mach die Taschen leer oder so. Oder wenn du langfristig denkst, dann lässt du auch nicht deine Freunde initial links liegen, die dir loyal die Stange gehalten haben bisher. Und wenn du das verstanden hast, wirst du langfristig sehr, 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 sehr erfolgreich. Und ganz ehrlich, lieber dauert es ein, zwei Monate länger, bis du die 10.000 Euro im Monat verdienst, als dass du sie sofort verdienst, aber dann nie wieder. Verstehst du? Und deswegen sei geduldig und denke langfristig. So, jetzt fragst du dich bestimmt, okay Konstantin, das ist ja alles ganz nett, das waren jetzt alles super Mindset-Tipps, bla bla bla, aber hast du auch einen praktischen Tipp, den ich umsetzen kann? Ja, selbstverständlich. Richtig, ich wäre doch nicht Konstantin Guldan persönlich vom Closer Olymp herabgestiegen, wenn ich nicht eine praktische Anleitung für dich hätte, wie du 10.000 Euro im Monat verdienst. Richtig? Gut, sind wir uns einig. Der einfachste Weg, um in 2022, 2023 und 2024 10.000 Euro im Monat zu verdienen, ohne Startkapital, eigenes Produkt, Mitarbeiter, Bürokratie, bla 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 bla, ist Hochpreis-Closer zu werden. Lass mich dir kurz erklären, als Hochpreis-Closer führst du Beratungsgespräche mit Kunden von Firmen, ja, du übernimmst quasi diese Beratungsgespräche für diese Firmen und du bekommst jedes Mal, wenn der Kunde was kauft, eine Provision ausbezahlt. Die Provisionen liegen im Durchschnitt zwischen 300 und 500 Euro. Das Beratungsgespräch funktioniert telefonisch, sind nicht deine Kunden, du musst dich danach um gar nichts kümmern, du bekommst nur die Provision. Warum machen Firmen das? Naja, ganz einfach, weil es sich für die Firmen lohnt, okay? Es lohnt sich finanziell für die Firmen. So, wenn du also Hochpreis-Closer werden willst und 10.000 Euro und mehr im Monat verdienen willst, dann klick jetzt auf hochpreis-closer.de, trag dich dort ein für eine kostenlose Erstberatung, ich gucke mir deine individuelle Situation gemeinsam mit dir an, zeige dir, welche Schritte in deiner Situation notwendig sind und dann let's go. So, hochpreis-closer.de, ich freue mich super, dich kennenzulernen, trag dich ein für eine kostenlose Erstberatung und ansonsten würde ich sagen, setz die Dinge mal um, die ich dir heute mitgegeben habe, lass das mal ein bisschen wirken und dann melde dich bei uns und dann ab die Luzi, let's go, lass uns Geld verdienen. Bis zum nächsten Video, Guldan out. .